b für die kühle hühle markiert das ich habe mich einfach in der korban nein nein Nein. Doch. Ok. Warum machst du irgendwelche Geräusche? Das macht mir Angst. Ich mache keine Geräusche. Du hast ein Geräusch gemacht. Ja? Das ist ein Geräusch. Hör auf damit. Hör auf. Schmeiß erst mal dein Mikro halt vor mir schon in Ordnung. Oh, oh. Ah, als habe ich auf... Oh Gott. Was ist das? Kurz bevor der Baum umgefallen wäre, bin ich einfach mit dem Finger von der Maus gegangen. Oh Gott, bist du dumm. Mein Einschlag hat zwischen den Brot und ich. Und ich denke mir so, ne, ich gehe von der Maus runter. Der Baum wird nicht abgebaut. Der bleibt da hängen. Man spielt echt. Sechs den Baum anlöschen und dann stehen. Ja. Das dazu wächst. Wah. Witzig. Ähm. Oh, da ist ein Baumstämme runtergefallen. Ich weiß nicht. Witzig. Oh, da ist kein Bock, unsere Rubber hier zu... Ich weiß aber ganz genau, irgendwann wird unsere Rubber aus sein. So schnell nicht. Ähm. Was ist das, was ich zuerst einmal mache? Ich brauche Stein. Ganz viel Stein. Ich war erstmal Öffnir bescheuert. Hey, jetzt stehe ich auf meinem Bett. Geh runter da. Next, ich dürfte es. Ich hab die Befugnis dazu. Alter, ohne Scheiß. Die Gäberrichte. Mach da eine Leiter hin. Ich werde da ein Scheißerick hinmachen. Ähm, wo ist die... Geh weg da. Geh weg da. Geh weg da. Geh weg da. Nein, ich werde es auf der anderen Seite haben. Nein. Doch. Ja, fick dich. Da kommt der Ofen hin. Geh weg. Wir haben noch leider mehr Geld. Dann muss mehr. Gute eher alles noch mit Koppel zum Ausschmücken als mit dem Himmel. Warum? Wir werden hier eh nicht bleiben. Doch wir bleiben hier jetzt für immer. Oh Scheiß. Schau immer und all das. Ich will einfach sagen, dass wir oben ein bisschen einebenen und dann einfach nicht da und zu ausbauen. Ja. Sicher. Sag ich aber nicht an. Sag ich aber nicht an. Ich will da keine Erdinsatz. Ich will da mal einen Drecksofen hinsetzen. Ähm. Hm. 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 Ja, Pat, ich würde einfach sagen, dass wir hier einfach jetzt eine Pause machen. Boah, ey, du alter Sack. Hä? Hast du was, hast du gesagt gegen meine Mutter? Hast du was gesagt? Hä? Hä? Ich hab ganz voll und ganz solchen Ofen. Ach, wie viel Robo wir haben. So, warte, wir machen mal, wir machen mal Refined Iron, da musst du das Iron Normal rein tun, gell? Ja. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Hast du nicht gesagt, dass du dich um Energie kümmern willst? Ja, wir brauchen ja Redstone, wie oft denn noch. Ich hab gesagt, wir brauchen Redstone. Und was brauchen wir da für, für Energie? Redstone. Oh. Aber das machen wir nicht, die Aufnahme-Session, oder? Geh mal weg da. Geh mal weg da. Geh mal weg da. Oder so. Nicht oben rein. Hä? Ich hab einfach Shift gedrückt. Ja, das geht hier nicht. Warum? Das geht dann oben rein. Kann doch noch, warum? Ist so. Warum oben? Ich frag mich doch nicht. Es gibt nochmal nen Copper, das ist Thermal Expansion. Ja. Ja. Es gibt dreimal Copper. Ja. Und zweit hin. Aber es ist scheißegal, weil... Hä? Warum ist da Kohle? Äh... Ich hab grad einen Code gebraten, da kommt Grafit Bar raus. Lol. Da. Das ist wie Eisen. Oder wie Stahl. Was kann man damit machen? Komm, ne Ahnung, frag mich noch nicht. Ich bin auch nicht jetzt. Ah, das ist... Das ist... Das ist... Aus... Das ist der Mod Big React Source. Daraus kann ich dann Blöcke machen und was kann ich dann... Oha! Hä? Das will ein bisschen Rubber machen. Wie hast du mich grad Schaden gemacht? So? Hast du mich geschlagen oder was? Nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö. て씨 wird gebraten, sondern dazu vernün youth und äpanel irgendwo昖en und ... mogelijk und 요즘 ORF-komponist. dass sie was soll ich habe mein inventar sortiert warum das was mit er um ändern sort key ist das short key nicht sort key short nein s o r t natürlich ist es so das heißt es sortieren nicht kurz kurz schlüssel setze ich jetzt auf numpad 9 benutzt eh kein schwein ach so short key kurze 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 taste und kurze kurze kürzel und ich habe gerne meinst du meinst schon short kehrten gott nein ich mein sind sort key ja das heißt eigentlich key eben er ist der schlüssel abschließt wer auf dem gymnasium warum sieht ihn einmal so aus und einmal bläulich weil es eine von galactic kraft ist und das andere nicht nix ist das scheiße den ständigen Weg das ist mir egal ich bin dort im im in 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 der chester im Schäuble mit den genz es gehört wer ob ich würde es trotzdem sagen dass du es ein bisschen einzutirsch und wir einfach mehr auflösen durchsicht um dann geht es wie gesagt nächstes mal für die nächsten drei folgen bei paddy weiter oh ja das auf jeden fall wenn ich ein neues auch im programm habe jaja 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 und äh alles weitere werdet ihr dann dort erfahren mhm würde ich sagen mhm mhm ich mache es einfach so wie bei infinity projekt 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 ähm du äh ich kümmere mich um die ganze elektronik und das und du bist ein fireman gerichtiger Next ônik für ja neidisch alskamber expansive nix maxi mal bei ped ja aber er ist zum nächsten mal tschüss 80 80 80 80 80